Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bin jetzt immer noch in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Heute ist der 2. Oktober 2022. Heute will ich mal so eine Tour hier bei Hohenstein gehen. Die hatte ich schon länger mal vor. Heute werde ich sie mal realisieren. Und wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein, dann bleibt einfach dran und viel Spaß mit diesem Video. Vor mir liegt jetzt erstmal hier dieser Hockstein. Ich würde sagen, eine scheiß gute Aussicht hier runter. Da liegen noch so ein paar Nebelschwaden im Tal. Ja, das muss man sich jetzt erstmal richtig geben. Es wirkt irgendwie sehr, sehr hoch, wenn man jetzt hier runter schaut. Und genau darunter geht es jetzt gleich. Auf der Gegenseite von dieser Aussicht liegt dann Hohenstein mit der entsprechenden Burg nebenan. Von diesen Hocksteinen gibt es hier so einen genialen Abstieg. Es geht hier so zwischen einer engen Felsenschlucht durch. Also hier wird es jetzt vielleicht ein bisschen dunkel, aber richtig genial. Jetzt fällt mal noch ein bisschen Licht hier rein. Jetzt geht es einigermaßen wieder. Aber der Blick hier runter, der ist sagenhaft. Hier unten ist gleich der Ausgang. Und da haben wir es geschafft. Noch mal ducken. Der musste wirklich schräg laufen. Ich kann also die Kamera nicht schräg halten. Die war schon gerade, weil die ist waggerecht. So, und jetzt sind wir unten. Noch mal einen Blick, wo ich jetzt hier raus bin. Wirklich durch diesen Felsspalt hier kommt man dann raus. Ich habe das ja übrigens auch schon mal gefilmt. Vor längerer Zeit bin ich mal hier lang. Ja, da gibt es auch noch irgendwie ein Video vom Hockstein. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Heute gibt es ein neues. Gehe ich halt mal so ein bisschen eine andere Tour. Und das ist ja, wie gesagt, bloß der Verbindungsweg zur anderen Tour. Ich brauche ja wahrscheinlich nichts weiter zu sagen. Einfach fantastisch. Diese Felsen wieder hier. Vor mir ist wieder eine steile Treppe. Die geht es jetzt wieder runter. Wurde Sachen ziemlich steil. Aber es geht. Noch einmal kurz umgedreht. Mal kurz Luft geschnappt. Ich bin zwar noch nicht außer Atem. Es geht nämlich gerade bergab. Ja, so sieht das aus, diese Treppe. Und vor mir, der Weg lässt sich auch ein bisschen sehen. Die Felskulisse vor mir, wirklich fantastisch. Und jetzt bin ich natürlich erst mal hier unten in diesen Polenztal angekommen. Hier unten fließt, glaube ich, die Polenz, so heißt dieses kleine Flüsschen. Gut, und dann muss ich dann irgendwo jetzt meinen Weg suchen und auf der anderen Seite wieder hoch. Das hier nebenan ist ein Hotel und Pension. Ja, da geht es jetzt hier dahinter so einen Weg über die Polenz. Und dann ist hier so ein wirklich schmaler Weg, der jetzt hier so ein schmales Tal führt. Absolut irre, das Ganze. So ist man gleich an einer total anderen Welt. Gefällt mir eigentlich. Hier am Wegesrand so ein kleines Bächleinchen, was hier so in die Polenz unten reinfließt. Gut, ich gehe diesen Weg jetzt erst mal so ein ganz schönes Stückchen. Das geht hier Richtung Hohenstein hoch. Aber da gehen wir nicht in den Ort rein. Da biegen wir dann irgendwann vorher ab. Weil ich denke, den Ort will ich heute mir nicht angucken. Ich wollte eigentlich wandern gehen. Aber der Originalweg von der Nationalparkverwaltung geht dann durch den Ort. Grund ist, weil man der da oben parken soll. Da wo Wasser fließt, da kann man sich einfach nicht dran satt sehen. Sieht einfach immer genial aus. Vor mir wieder so eine kleine Übergangsbrücke. Da geht es jetzt erst mal drüber und dann geht es so abenteuerlich weiter diesen Weg hoch. Heute ist alles ein bisschen sehr, sehr nass. Das heißt, aufpassen. Scheiße, ich habe es schon wieder getan. Da fließt wirklich schön hinter dem Fels das Wasser hervor. Sieht einfach fantastisch aus. Hier nochmal eine Aufnahme etwas näher. Und jetzt wieder noch ein kleines Brückchen. Auch das ist ein sehr schöner Spot. Da kann man einfach nicht dran vorbeigehen. Da muss man einfach mal eine Aufnahme machen. Für einen regenreichen Tag von 75 Prozent scheint hier mächtig die Sonne. Die geht nämlich gerade auf. Die Bäume hier vor mir, die haben wieder ein wahnsinniges Grün. Das gefällt mir nämlich auch. Jetzt bin ich erst einmal den steilen Berg total hochgelaufen. Also die Schlucht war schon relativ steil. Ja, da kommt man ein bisschen ins Schwitzen. Jetzt geht es eigentlich wieder. Jetzt geht es zwar noch leicht bergauf. Aber ich denke mal, das war es dann erst mal. Nur auf dem Rückweg habe ich die gleiche Strecke nochmal. Jetzt muss ich erst einmal hier diese Wasserrinne queren. Aber hier fließt überhaupt kein Wasser mehr runter. Auch ziemlich trocken. Jetzt habe ich erst einmal so ein bisschen einen langweiligen Weg. Ja, schön breit und gut. Kommt man auch schnell voran. Aber ich denke, das wird gleich wieder besser werden. Weil dann geht es nämlich unten unter den Felsen wieder zurück. Jetzt bin ich hier so auf so einem nicht so stark geräumten Weg abgebogen. In der Hoffnung, dass nicht ganz so viele Bäume quer liegen. Aber das geht jetzt hier schon ständig so. Na, mal sehen, ob es besser wird. Und gleich wieder der nächste Baum. Das kann noch sehr spaßig werden. Ah, gut, das wäre geschafft. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, also ich würde keinem empfehlen, diesen Weg hier zu laufen. Es könnte sehr gefährlich werden. Also das sei nochmal gesagt, das ist ja wirklich nicht der Wanderweg, den ich da so rausgesucht hatte, sondern das ist mein abgeänderter Weg. Also das kann Spaß machen oder auch nicht. Aber es ist sehr unwegsam. Und deswegen sage ich, haltet euch fern, versucht es nicht erst, nicht dass er euch noch irgendwas brecht. Wir schauen mal, hier so ein kleiner Pfad am Felsen lang. Ich weiß jetzt nicht, wo man lang gehen kann. Wahrscheinlich hier auf der Felskante wäre es vielleicht möglich, darüber zu klettern. Und schaut selber, was ich hier meine. Hier ist wirklich jeder Schritt, muss überlegt sein. Das scheint ja jetzt doch eine Sackgasse zu sein. Also hier kann ich beim besten Willen nicht um den Fels klettern. Das ist wahnsinnig gefährlich. Ich habe jetzt einen Weg tiefer versucht. Also hier an dieser Stelle wird es nochmal sehr kritisch. Hier runter zu klettern ist sehr, sehr glatt. Und dann hoffe ich, dass es jetzt hier irgendwo weitergeht. Sieht irgendwie nicht danach aus. Also von da oben komme ich her. Habe das jetzt hier irgendwie absolviert, hier runter zu kommen. Ja, und hier ist dann eigentlich der Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Der war mir nämlich vorhin ein bisschen wegen den Bäumen versperrt. Da habe ich den Weg ein wenig verfehlt. Aber trotzdem soll das dann kein Freifahrtschein sein, weil ich den Weg ein bisschen verfehlt habe. Und das war dann saugefährlich. Ja, das passiert dann eben. Aber wie gesagt, kein Freifahrtschein. Denn hier muss man auch verdammt aufpassen. Hier geht es nämlich auch mächtig tief ab. Man sollte der ein oder andere davon nicht abgeschreckt sein und so eine Tour trotzdem machen. Ich würde immer empfehlen, macht sie nicht so lang. Konzentriert euch auf so ein kurzes Stückchen Weg. Also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weit, was ich hier auch laufen werde. Dann geht es wieder auf normalen Wegen weiter. Aber man muss sich dann eben sehr konzentrieren. Und irgendwann werden auch die Beine müde. Und das ist eben doch sehr wichtig, dass man das weiß. Und hier vor mir wieder so eine kleine Herausforderung. Das heißt, es wird hier drunter durchkriechen. Und denkt mal nicht, dass das jetzt aufhört. Es geht jetzt erstmal ständig so weiter. Ja, über so einen Baum zu steigen, das muss ja auch gekonnt sein. Da kann man sich ja auch mächtig verletzen, wenn man an den Ästen vielleicht hängenbleiben tut. Also von mir keine Empfehlung dafür. Und wenn er es macht, passt auf, was er tut. Gut. Also am sichersten würde ich sagen, ihr geht ins Fitnessstudio und trainiert eure Muskeln so. Da ist das eigentlich ein bisschen sicherer, als wir jetzt hier im Wald. Da könnte man einen Baum umfallen. Weil das sind ja alles tote Bäume, die mir um mich sind. Einen Windstoß. Und da könnte so eine Krone runterkommen. Also das sollte man sich bewusst sein, wenn man hier solches Gelände betritt. Aber was ihr im Fitnessstudio nicht so erleben könnt, wenn er dann vor so einer Felswand steht. Das ist natürlich ein anderes Erlebnis, wenn man das draußen macht. Da nimmt man doch gerne mal ein kleines Risiko in Kauf. Jetzt erst mal auf einen relativ einfachen Wegabschnitt. Jetzt ist der Pfad mal ganz normal. Ja, kleines Bäumchen hinter mir, das ging noch. Oh, was ist hier? Ein kleines bisschen abklettern. Nee, so schlimm ist es nicht. Es sind sogar Treppen vor mir. So leicht, da kommt man gut runter. Und hier, wie gesagt, vorsichtig an solchen Stellen. Finde ich vorhin schon mal gerutscht. Gut, das ist natürlich jetzt hier kein Wegweiser, denn da geht es zur Bergungsbox. Und da vorne ist es schon. Gut, schauen wir mal hier auf den Weg. Ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Zum Glück geht der Weg jetzt zurzeit einigermaßen normal. Da kommt man aber ein bisschen voran. Aber man muss eins bedenken, da oben bin ich in 10 Minuten gelaufen und hier unten laufe ich in anderthalb Stunden. Wenn der Weg nicht so mit querliegenden Bäumen gesät ist, lässt sich das ja auch angenehmer laufen. Man sieht ja, man kommt ja einigermaßen voran. Dadurch steigt dann auch wieder der Spaß- und Genießerfaktor. Weil dann hast du auch wieder Lust, hier lang zu laufen. Und dadurch kann man die Felsen auch in sich wirken lassen. Weil die Zeit sollte man sich echt nehmen. Jetzt kommt man wirklich zu diesen schöneren Felsgebilden. Das ist jetzt, wie gesagt, der schönere Teil dieses Weges. Einfach nur herrlich, hier jetzt durchzulaufen. Und wie geil ist das denn? Da vor mir, unter mir ist das Polenztal und auf der anderen Seite geht so eine wahnsinnige Felswand wieder hoch. Einmalig das Ganze. Und von dieser Aussicht geht dann auch der Weg hier um diesen Felsen rundherum weiter. Und immer dran denken, hier geht es tief ab. Und dieser Hammerweg will einfach nicht enden. Es ist schon absolut irre. Jetzt nochmal auf die andere Seite geschaut. Ja, diese Fels-Türmchen auf der anderen Seite sind jetzt mal ein bisschen anders angeleuchtet. Und weiter geht es auf diesen Fahrtweg. Jetzt habe ich wieder so ein paar Nadeln auf dem Erdboden gehabt. Da denke ich, da wird es demnächst auch hier relativ kahl werden. Und alles wird quer liegen. Gut, jetzt hier weiter. Und vor mir liegt schon wieder so ein Meisterstück quer. Jedes Mal, wenn der Wind hier weht, da regnet es auf mich. Aber nur die Nadeln von oben. Jetzt bin ich hier in den sogenannten Brandgebiet. Ja, das hat nichts mit Brand zu tun, sondern das Gebiet heißt einfach nur so. Einfach nur fantastisch, diese Felsen. Die Bäume davor mal nicht mitgerechnet, die fallen sowieso bald um. Jetzt habe ich erstmal so einen kleinen Aufstieg. Ich muss nämlich da oben irgendwo durch die Felsen irgendwo so durch. Der Weg auf der Karte, der geht jetzt hier irgendwie so durch den Fels durch. Ich glaube, das ist der Durchgang. Ach du Scheiße. Da komme ich bestimmt nicht mit Rucksack durch. Ich nehme mal lieber ab. Da geht es einigermaßen. Es sieht so enger aus, als wie es ist. Das war ein mal cooles Erlebnis jetzt. Und weiter geht es hier auf den Weg. Es liegt hier auch wieder sehr viel Rinde unten. Ja, könnt ihr sehen, alles putt, putt, putt. Auch tot. Und dann folgen gleich wieder so ein paar Mikado-Stäbchen. Jetzt geht der Weg bis zu diesen Felsen da hoch. Ja, das sieht so aus, als ob das wieder durch den Felsen durchgeht. Also auf meiner Garte geht der Strich durch den Felsen. Und ich glaube, das ist auch so. Hier geht es jetzt durch. Bloß diesmal nicht ganz so schmal. Jetzt habe ich relativ viel Platz hier beim Durchgehen. Und auf der anderen Seite, da schauen mich Tafelberge vom feinsten an. Das ist wirklich absolut irre. Hier nochmal so ein kleiner Größenvergleich, wie groß die Dimension hinter mir ist. Hier muss man wirklich mal reingehen. Ist wirklich irre. So gut wie eine kleine Höhle, könnte man sagen. Aber ich halte nochmal die Kamera rein und zeige nochmal, wie schön das hier drin ist. Hier könnte man auch noch ein bisschen Spaß haben, wenn man das möchte. Aber in der Schlucht hier geht es nicht weiter. Der Weg geht jetzt hier an der Seite weiter. Und weiter geht es hier immer nur mit Felsen, Felsen, Felsen. Und hier wieder mal ein kleiner Unterstand für die Zeit, wenn es mal wieder regnet. Ach ja, man kann sich einfach nicht dran satt sehen. Ja, da ist das alles wieder so ein bisschen triste, wenn ich wieder zurück bin. Da bin ich wieder im Auto. Da habe ich nicht so eine schöne Aussicht mehr. Oh, wenn ich jetzt da hoch gucke, wird es jetzt ganz schön dunkel. Sollte ich jetzt doch noch von diesen 70% Regenwahrscheinlichkeit was abkriegen. Das streckt sich immer noch ganz schön. Ich bin nämlich immer noch nicht auf dem Weg, der dann normal ausgeschüttert ist. Den muss ich nämlich auch noch laufen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man hier diesen Felsen hochklettern kann? Also, hier ist fast nichts. Aber da oben sind mehrere Kletterhaken drin. Das hier nennt sich kleiner Kuhstall. Dem großen Kuhstall ähnlich, bloß etwas niedrig gehalten. Halt klein, ja. Mann, der Felsen vor mir ist wieder mal so wahnsinnig gigantisch. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich das letzte Relikt hier auf diesem einsamen Weg sein. Ich höre nämlich schon wieder Stimmen von Menschen. Ja, ich komme jetzt gleich auf den offiziellen Weg. Der wird wieder allerhand Betrieb sein. Ja, jetzt bin ich wieder auf diesen etwas offiziellen Weg. Hier soll es noch so eine kleine Hülle geben. Diebshülle oder so nennt sich das Ding. Kenne ich aber woanders noch eine. Aber sehr groß ist das jetzt hier nicht. Ein bisschen etwas größerer Unterstand. Ich habe jetzt keine Taschenlampe mit. Bisschen dunkel. Hier tropft es von oben. Was für eine schöne Naturdusche. Das mit der Naturdusche, das ist ernst gemeint. In Wirklichkeit ist das wirklich eine. Es nennt sich hier wirklich so. Nur das Problem ist, es ist etwas zu wenig Wasser hier. Jetzt befinde ich mich erst einmal auf einem relativ einfachen Weg. Naja, ist ja auch ein ausgeschilderter Weg. Ja, dafür wirkt ja auch die Sechse der Schweiz mit ihren Wanderwegen, dass es keine Alpinwege sind. Man sollte es wirklich nicht glauben, aber so viele Leute, wie mir jetzt schon entgegengekommen sind, sind mir heute den ganzen Tag nicht entgegengekommen. Gefühlt aller 10 oder 20 Meter kommen ja welche entgegen. Da vorne kommen schon die Nächsten. Natürlich kann man auf solchen schönen breiten Wegen richtig schönen Kilometer machen. Das war mir gerade eben noch nicht so möglich. Aber auch auf diesem schönen, vielbevölkerten Weg sind auch schöne Felsformationen zu bewundern. Wir haben es jetzt 12.15 Uhr und jetzt kommt der erste Regenguss runter. Ich habe zwar erstmal eine sichere Höhle gefunden, da wäre ich erstmal nicht nass. Ziemlich dunkles Loch, würde ich sagen. Scheiße, jetzt geht es richtig los. Naja, ich habe ja einen Schirm mit, so schlimm ist es nicht. Ja, und 10 Minuten später hat es schon wieder aufgehört. dafür lohnt es sich nicht eine Regenjacke oder einen Schirm rauszuholen. Ja, ich bin jetzt erstmal wieder auf den schönen Weg hier. Schön breit, lässt sich wirklich sehr gemütlich laufen. Hier drüben wieder so eine schöne Felsenkulisse. Denn hier auf dem Weg liegt jetzt noch die Gouch-Krotte. Ja, ich denke mal, da ist ein bisschen was los. Mal sehen, ob ich da so ein paar kleine Aufnahmen machen kann. Ich gehe mal kurz hin. Ja, das geht jetzt hier hoch. Da oben sind alle Handleute. Musik 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 Wirklich sehr beeindruckend hier noch hinzugehen. Na ja, dass das hier ein bisschen überfüllt ist. Das ist ja auch das Highlight von dieser Wanderung, die hier ausgeschrieben steht. So, schwenkt da hin. Ich glaube, hier hat es nicht geregnet. Hier oben ist noch so ein kleines Schild dem Andenken des Rechtsanwalts Karl Gouch. Deswegen auch der Name Verfasser der ältesten Geschichte der Sächsischen Schweiz. Es ist echt ein Wunder, dass hier noch Wasser runterkommt. Ich denke mal, da fließt bestimmt manchmal mehr runter. Jetzt stehe ich nochmal hier unter Hals des Kleenwasserfalls. Gut, das Teil habe ich jetzt hinter mir gelassen. Das war auf jeden Fall nochmal ein richtiges schönes Erlebnis. Denn viel wird heute nämlich nicht mehr kommen. Es geht wahrscheinlich bloß noch so ein bisschen hier auf den Weg. Und dann komme ich auf den Weg, wo ich heute früh schon hoch bin in den Tal. Da muss ich nämlich nochmal runtergehen. Aber hier auf dem Weg sind wirklich nochmal richtig schöne Felskulissen. Das kann man nochmal jetzt genießen. Das wird sich nämlich gleich ändern. Vor mir jetzt noch so ein kleiner Aussichtspunkt. Ja, da ist gerade frei geworden. Mal sehen, was wir sehen. eigentlich nicht viel. Nur den Felsen gegenüber. Und hier unten fließt natürlich die Polenz im Polenztal. Hier unten kann ich so ein paar Menschen erkennen. Ja, die laufen da auch in Massen. Ja, das scheint jetzt das Tom-Eck zu sein. Zumindest ist es da auf den Stein gemeißelt von 1943. Und hier wieder gelöcherter Stein. Wenn wir jetzt das Wegesystem hier sieht, wo ich gerade drauf laufe, ja, da kommt nicht so viel Abenteuer auf. Aber wie gesagt, die normalen Leute wollen ja auch hier ihren Spaß haben und wollen auch mal ihren Ausflug machen dürfen. Muss ja nicht alles so alpin sein. Jetzt noch ein schöner Blick zur Burganlage Hohenstein rüber. Ja, jetzt versperrt man noch ein bisschen diese vertrockneten Bäume vor mir. Aber ein paar Jahren hat man bestimmt hier eine gute Sicht bis darüber. Muss das jetzt noch sein, hier diese Matschepampe. Jetzt laufe ich eigentlich den gleichen Weg wieder zurück. Ja, das will ich jetzt nicht nochmal filmen, da werde Schluss machen. Ich weiß nicht, ob euch diese schnell Video Variante heute gefallen hat. Ja, das mache ich sonst nicht so. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und habe euch den ganzen Film zugetextet. Ja, das kann ich auch gut. Also wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr solche Videos mögen tut von mir oder ob ihr die alte gewohnte Art sehen wollt. Ich bin ja der Meinung, Unterhaltung kann sehr informativ und schön sein, aber kann auch anstrengend sein. So, jetzt noch ein paar Worte zur Tour. Ja, ich habe natürlich den Abenteuerfaktor bei dieser Tour etwas erhöht. Ich werde diese Tour auch nicht veröffentlichen, nicht, dass einer auf falsche Gedanken kommt. Also wenn er das tun sollte, muss er sich das dann selber zusammenstellen. Ich werde aber den Link zur offiziellen Tour bereitstellen. Ja, wie war die Tour für mich? Auf jeden Fall sehr spannend und mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Also, ich habe da so auf meinen Spaßfaktor eingestellt und das muss jeder selber wissen, was er will und was er braucht. Blöd, jetzt muss ich noch mal bis ganz da hoch. Da oben ist diese Aussichtsplattform, das ungefähr die Höhe, wo ich hin muss. Ich mag nicht mehr. Muss ich denn so fast schwitzen zum Schluss noch? Jetzt bloß nicht stehen bleiben, dass ich doch anfange mit schwitzen. Ich denke mal, ich habe es jetzt gleich geschafft. Dann bin ich gleich im Auto zurück. Dann werde ich gleich das schnell Video noch auf dem Rechner kopieren und werde es gleich jetzt noch am Nachmittag schneiden und da steht es dann Burken schon zur Verfügung. Aber noch nicht freigeschalten, sonst sind es zu viele Videos am Tag. Und in diesem Sinne dann macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.